hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich begrüße ihn recht herzlich zu einem video hbs welt heute befinde ich mich, wie ihr es schon richtig lesen könnt, in der kundler knamm es ist hier in tirol eine super wanderstrecke für alle diejenigen die was wandern wollen ist jetzt nicht zu heiß weil es durch eine schlucht geht und zwar von hier aus bis in die schöne wildschinau und dann kommen wir wieder schön zurück wandern für jemanden für den was das zu hart ist der kann sich auch in der wildschinau drinnen in den bus reinsetzen und wieder zurück auf kundler fahren oder sich drin holen lassen oder irgendwo anders hin auf der wunderschönen karte wandern wer mich auf facebook verfolgt der wird so dann auch die bilder sehen und bis zum nächsten video wünsche ihnen einen schönen tag einen schönen abend eine schöne nacht einen wunderschönen guten morgen lieber sportfreund liebe sportfreundin je nachdem wann dass du das video schaust bleibt mir gewogen und vor allem bleibt mir gesund bis zum nächsten mal euer hb servas